Boah, diese Temperaturumschwinge sind einfach nur krank. Ihr habt es ja mitbekommen, heute früh war es saukalt, man hat sogar den Atem gesehen und jetzt hat es 27 Grad draußen. Es ist so ein kranker Umsprung, jedes Mal aufs Neue, wenn es erst kalt ist und danach warm. Ihr kennt es einfach.